Neuer bester Farmspot in Diablo 4. Das sind tatsächlich die Alptrom-Dungeons. Die sind jetzt und vor allem bald nach dem nächsten Update die besten Farmspots. Das Ganze ist dadurch begründet, dass ihr nicht nur EP bekommt, sondern auch die Glyphen aufwertet. Blizzard hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle anderen Dungeons zu nerfen. Bedeutet, es lohnt sich nichts anderes mehr. Ja, die Blindhüllen, die sind auch noch ein super Farmspot. Wenn man die hat, als Alptrom-Dungeon ist das absolut optimal, denn die Alptrom-Dungeons sollten immer so gemacht sein, dass sie 3 Level über eurem Charakter sind. Das gibt 25% mehr EP. Das ist also wirklich das Wichtigste. Wenn ihr wollt, könnt ihr Alptrom-Dungeons auch zurücksetzen, wenn ihr einen besonders guten bekommen habt. Das funktioniert wie folgt. Ihr spielt den Dungeon ganz normal bis kurz vor Schluss. Das letzte Objective darf nicht erfüllt werden. Dann geht ihr aus dem Dungeon raus und macht irgendwas anderes. Naja, nicht irgendwas, es muss ein Objective sein. Zum Beispiel einen Keller, den ihr abschließt. Im Anschluss könnt ihr erneut in den Dungeon gehen und ihn von vorne spielen. Aber auch das finde ich persönlich nicht so spaßig. Aktuell einfacher Call, ganz normale Nightmare Dungeons, 3 Level über euch. Folgt mir für weitere Diablo 4 Tipps.